Und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft nach der Exkursion, äh, huch, nach der Exkursion ist vor der Exkursion, ähm, ich muss mal schauen wegen dem, huch, Hilfe, äh, wie gesagt, wegen dem Mikro, ne, das ist immer noch so ein bisschen, ja, ja, und tatsächlich, ich hab mal die GUI angepasst, weil wir, ähm, ich muss mal schauen, ne, man merkt, es ist ein bisschen schlierig, es ist ein bisschen schlierig, ähm, ich muss mal schauen, das läuft nicht flüssig. Ja, Jana Batsch ist auch da, äh, warte mal, ich muss mal kurz schauen, äh, damit das hier mal ein bisschen, ne, ein bisschen, äh, besser läuft, müssen wir gerade mal kurz ein bisschen ausprobieren, ja, das geht schon mal, ja, es ist, es ist schon smoother, smoother, ich mach mal hier nochmal ein bisschen runter, ne, komm, Simulation hier schon, scheiß was drauf, ein bisschen runter, wir brauchen ja nicht so viel, ne, wir wollen ja, dass das Spiel wenigstens läuft und ja, das sieht schon besser aus, wir schauen einfach mal, ne, je nachdem, wir müssen mal gucken, es ist so ein bisschen noch so ein bisschen schlierig, so hier und da, äh, weißt du, noch keine richtigen Bewegungen, ähm, weil ich ja jetzt die Monitore, die neuen Monitore habe und deswegen, ja, müssen wir da mal schauen, ja, es ist, es ist, äh, weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, ja, es dauert immer alles ein bisschen länger, ne, hm, huch, äh, wer ist da denn, hallo, ich mach die auch nochmal runter, so, auf 10, komm, so, schauen wir mal, äh, hallo, hallo, ähm, ja, die Frage ist halt, ich muss halt schauen, wie das funktioniert, es ist sehr schlierig, ich muss, glaube ich, nochmal neu knöcken, so, jetzt funktioniert es, glaube ich, besser, ja, das, äh, funktioniert schon sehr, sehr viel besser, ich musste kurz mal, ich weiß jetzt nicht, äh, erstmal herzlich willkommen zu Minecraft, je nachdem, ob ich das am Anfang, äh, da lasse oder nicht lasse, je nachdem, wir müssen mal schauen, es ist alles ein bisschen schlierig, ähm, ich geh mal zum Bauernhof, einfach nur mal, just for fun, um zu schauen, ja, weil ich glaube, der kommt da mit dem Monitor nicht hinterher, äh, ach, nein, bitte nicht, bitte nicht, ja, es ist alles so ein bisschen, ne, es schliert so ein bisschen hinterher, das, 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 das mag ich nicht, ich mach mal V-Sink an, mal schauen, ob da irgendwas, äh, ne, nein, 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 bitte nicht, da muss man natürlich jetzt erstmal gucken, maximal 120 FPS, ich mach mal, ich mach mal auf 60, so, apply, mal schauen, ich glaube, es ist schlimmer geworden, oder, äh, ach, ich mach mal hier unbegrenzt, so, zack, schauen wir mal, ne, 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 also irgendwo ist der Wurm drin, ich weiß nicht warum, scheiße, G-Bewegung, if enable, bla, bla, wir schauen mal, G-Bewegung, das bringt uns aber alles nichts, ne, ich glaube, das einfach nur, ne, doch nicht, ach, man, das nirgbt mich, performant, use Blockface Culling, Fog Occlusion, bla, bla, impact medium, ne, Culling, Particle Culling, ich mach mal alles aus, komm, schauen wir mal, was passiert, ne, wir wollen ja, dass das hier, wir wollen ja, dass das hier richtig läuft, ah, ja, und dann noch der Ring dabei, ah, ne, Katz vergessen, ah, ich glaube, dass der Monitor da einfach nicht, ist das der Monitor, der da einfach nicht hinterherkommt, verdammte Axt, quality, fancy, fast, fancy, color, wolken, würde ich gerne anlassen, medium, wo man, ich bin, low, 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 medium, low, medium, advanced, async, swap, machen wir mal swap, schauen, was passiert, nein, oh Gott, 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 oh Vielleicht DPI nochmal ein bisschen höher. Jetzt ist es zu schnell. Jetzt ist es zu langsam. Ja, ich weiß schon, die Gehbewegung sieht aus, als würden wir schweben. Warte mal, ich mache die Gehbewegung mal wieder an. Wo ist sie? Wo war sie? Gehbewegung, Objektentferner, Weiche, Allgemein. Gehbewegung, da machen wir die mal wieder an. Angesichts der Autospeichernzeige. Okay, 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 okay. Huch. Hier hat jemand meinen Port benutzt. Ähm, hallo? 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 Warte mal. Dieser Skin. Irgendwie habe ich hier echt noch Probleme. Ich weiß nicht, warum. Guck mal. Liegt es an mir oder hängt der ein bisschen nach? Der hängt, glaube ich, ein bisschen nach, ne? Äh. Ich weiß nicht, woran das... Ja, guck mal, der... Der hängt so... Der hängt so ein bisschen nach. Ach, du Scheiße, ey. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Ja, der kommt ja... Nein. Boah. Nee, das funktioniert so nicht. Das kann ich so nicht. Das kann ich so nicht spielen. Ich habe schon mehr Gigabyte hinzugefügt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hi. Machen wir mal auf 10. Das machen wir auch mal auf 10. Helligkeit machen wir mal auf 50%. So. Schauen wir mal. Nee, der hängt komplett nach. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Da muss ich mir gleich echt mal was einfallen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass der Monitor da einfach nicht hinterherkommt. Oder beziehungsweise die Grafikkarte. Das ist es ja. Die Grafikkarte. Das ist ja nicht der Monitor. Das ist die Grafikkarte einfach. Och nee. Was ist, wenn ich jetzt einen runter mache? Wir müssen mal ein bisschen was ausprobieren, ne? Ich will aber nicht den Shader wechseln, Mann. Vielleicht ist der Shader auch einfach... Ja, der Shader. Es ist der Shader. Ja, scheiß Regen. Verdammt. Ja, es funktioniert wieder. Es ist tatsächlich der Shader, der da nicht hinterher kam. Äh... Ja gut, das Ding ist jetzt... Oh, dieser Regen, ne? Ich hasse diesen Regen. Der sieht auch so scheiße aus. Warum sieht der so scheiße aus? Verdammt nochmal. Apropos Regen. Warte mal. Ich wollte mal kurz gucken. Jetzt, wo ich gerade hier... Wir sind ja gerade hier ein bisschen im Einstellungsding. Ressourcenpaket. Habe ich überhaupt ein Ressourcenpaket? Ne, ne? Twilight Classic. Ich lasse das einfach mal so, wie es war. Aber es funktioniert... Ja, guck mal. Ja, 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 ja. Tatsächlich. Der Shader kam da einfach nicht hinterher. Okay, pass auf. Dann mache ich jetzt einfach mal... Ähm... Die Dinger wieder an. Zack, 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 zack. Janabatsch hat das Spiel verlassen. Alles klar. Ciao. Ähm... Ja, es läuft... Es läuft besser. Okay. Gut, pass auf. Ich gehe nochmal zurück. Ja, außer hier, ne? Hier kommt der... Hier kommt der... Also irgendwas hat er. Irgendwas hat er. Guck mal, wenn er jetzt hier runter geht. Hallo. Ah, Alter, das ist so schlierig. Irgendwie ist hier auch irgendwas... Guck mal. Siehst du das mit den... Mit den Steinen? Siehst du das? Das ist das so ein bisschen so hinterher. Ne? Dieses Licht. War das vorher auch schon so? Verdammt! Mann! Achso, warte mal. Ich kann ja mal eben... Zack, zack. Ne? Zack. 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 Der kann mal ganz nach oben. Zack. 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 Und nochmal. Zack. Satan City... Wieso habe ich den... Satan City... Dings. Oder hat sie den umbenannt? Ja, es läuft besser, aber ich mach mal kurz... Ich schau nochmal, ne? Ja, alles klar. Okay, ich wollte eigentlich... Hier ist ja immer noch so ein bisschen... Warum? Mann! Zwischendurch hat er echt Frame-Einbrüche. Warte mal. Kann ich nicht eigentlich hier meine Frames sehen? Wo habe ich denn... 30 FPS? Das läuft mit 30 FPS? Willst du mich verarschen? Ah. Ja, ich muss da nochmal schauen, ne? Ich muss da mal schauen. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Äh, was eine super Folge. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe das Spiel jetzt mal nicht neu gestartet. Wir schauen einfach mal, was passiert, wie das so abläuft, ne? So geht es ja. Momentan ist es halt ein bisschen alles so... Ja, ja. Ich habe es mir halt anders vorgestellt, aber ich glaube einfach, dass die Grafikkarte einfach mit den Bildschirmen nicht hinterherkommt. Ja. Ich meine, ich habe genauso viel Ahnung wie von Minecraft, nämlich gar nichts. Aber, ähm... Ja, man muss halt einfach mal schauen, was jetzt passiert, äh... Ob das jetzt klappt oder nicht. Mal schauen. Egal. Ähm, was ich auf jeden Fall jetzt mal machen wollte. Die Setzlinge und so kann ich jetzt erstmal rauspacken. Ähm, pass auf, ich schmeiße das jetzt mal hier rein, das Knochenmehl. Und die Setzlinge haben wir, glaube ich, äh... Ein Draw für benutzt, weil ich will jetzt mal endlich mal, äh... Ne, das Dorf anfangen. So, Setzlinge. Da haben wir ja... Zehn, wo sind die ganzen anderen? Sind die noch hier in der Dings drin? Habe ich die gar nicht aussortiert? Äh... Ja. Ich habe die gar nicht aussortiert. Ah, ja. Sehr schön. Bevor wir das machen, das ist ja alles für die Aufforstung. Müssen wir hinten unser erster Mindcolonies-Versuch. Das ist ja da irgendwo. Ähm, müssen wir erstmal fertigstellen. Ne? So, der Neterit-Rucksack, der kann weg. Ich will das Dorf jetzt mal endlich anfangen. Mann. Was haben wir hier drin? Hier haben wir nüscht drin. Der kann auch hier bleiben. Genau, und hier haben wir... ...auch noch ein paar Sachen, die raus können. Was haben wir hier drin? Wegsteine, auch nochmal ein Sitzing. Pass auf. Eigentlich wollte ich das ja vermeiden, aber damit die Rucksäcke leer gehen. Ne? Das ist ja alles noch vom Stream. Das war mir auch eine Lehre. Das werde ich nie wieder so machen, ne? Ich dachte eigentlich, ich probiere es einfach mal. Aber, äh, nein. Das können wir dann erstmal so lassen. So, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Bla, 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 bla. Ah, das Birkenholz, das braucht keine Sau. Schwarze Eiche kann raus. Kohle behalten wir mal. Das behalten wir mal. Das kann auch raus. Theoretisch könnte ich es auch wegschmeißen. Ja. Da muss man nochmal schauen. Warte mal, die Axt, die behalte ich? Bla, 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 bla. Alles andere. Stein. Steinspitzachs. Steinspitzachs. Die kann eigentlich weg. So, tschüss. Die Frage ist natürlich jetzt, wo hatten wir unseren Rucksack? Hallo. Ähm... Wo wir die Sachen drin hatten für... das Dorf bauen? Scheiße, wir hatten nur noch so viele Paneele und alles. Das ist der Eisenbahnrucksack, ne? Ja, 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 ja. Wo habe ich das denn alles reingepackt? Scheiße, das gibt es auch nicht, Mann. Ich hatte das doch alles im Wettbewerb. Vor allen Dingen, wo habe ich den Rucksack mit dem... mit den, äh, Dings? Habe ich den einsortiert? Warte mal. Nee. Ruck... Rucksack. Nee. Scheiße. Ich hatte doch noch einen, wo auch die Wolle drin war. War im Explore-Stack 2 haben wir. Explore-1 haben wir. Das ist... Nee, Territ-Rucksack. Das ist ja... Das ist ja nicht der Rucksack, ne? Nee, nee, das ist ja... Genau, das ist der. Uns fehlt ein Rucksack. Das ist der goldene. Das ist ein normaler. Ach, hier. Warte mal. Da haben wir es doch. Ja, das ist doch der, den wir haben wollten. Pass auf. Dann kann das nämlich hier... Lalalala. Zack, zack. Kann dann erstmal hier rein. Das Bett nehme ich auch mal mit. So, zack, zack. Genau, da haben wir nämlich die ganzen... Wir brauchen noch so ein Stack-Update, ne? Ah, nee, haben wir ja. Ja, haben wir ja. Äh, dann kann der nämlich auch weg. Erzrucksack. Ah, und das ist der mit der Wolle. Okay, alles klar. Oh, Gott sei Dank. So, pass auf. Das kann raus. Die eine Fackel. Die kann ich mal hier mit reinschmeißen. Zack. Ähm. Iron for Nutze brauchen wir auch nicht unbedingt. Das brauchen wir unbedingt auch nicht. Obwohl, den nehme ich mal mit. Ähm. Um vielleicht nochmal einen Wegstein fürs Dorf zu machen. Ne, sonst müssen wir immer über den Bauernhof gehen. Ja, schauen wir mal. Oh. Das ist natürlich... Äh. Oh. Ähm. Pass auf. Bauernhof würde ich auch gerne mal hier oben hin machen. Zack. 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 Aber das ist so nervig, dass ich das immer einzeln machen muss. Ah, Mann. Weiter, weiter, weiter. So. Satan City. Ne, noch einen weiter, ne? Genau. Noch einen weiter. So. Und noch einen weiter. Und noch einen weiter. Und noch einen weiter. So da. Ne, und noch einen weiter. So, zack.